Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Heute hier wieder in der Apokalypse-Welt. Wir haben heute den Tag der Überlebenden. Heute müssen alle flitzen. Und dir geht's nicht so gut. Ah doch, jetzt geht's dir wieder gut. War gerade nur kurz der Obstkuchen-Nachgeschmack hier. Ja, wir füttern mal die Kuhpflanze. Guck mal, hier gibt's was für dich. Ja, heute ist Tag der Überlebenden. Ja. Ja, wir haben unsere Aufgabe hier schon abge... Oh, was ist mit dir los? Der Mike, oh, viel. Stimmung teilen. Ha, lass dich aber nicht beißen hier, Apo, ja? Hä, wie krieg ich das denn hin hier? Meine dritte Aufgabe, Kontakt zum Jenseits. Wie mach ich das denn hier? Ja, das ist mal die Frage. Wir müssen uns fressen lassen und dann sterben, als Geist wiederbelebt werden und dann, ja. So leicht geht das nicht, oder? Ja, ein bisschen Tratschen hier. Ich hab gerade hier mein letztes Fleisch hier an meiner Kuhpflanze gegeben. Ist eine wilde Kuhpflanze, gehört nicht hier. Die Welt könnt ihr euch übrigens runterladen, falls ihr ihn noch nicht wisst. Was ist mit euch hier los? Versammlungen oder was? Ja, Tag der Überlebenden heißt, ne, es gibt nicht mehr viele Sims und die, die noch da sind, die machen sich ihren Spaß draus, dass die jetzt halt nicht mal mehr Klamotten tragen müssen, weil es keinen interessiert. Oh, du musst aufs Klo. Wie geht's denn deinem Hohni? Wo ist dein Hohni? Oh, der schläft hier. Ja, Albedo. Wir müssen pieseln. Hier gibt's doch überall Wu-Büsche hier. Da, hier gibt's hier. Neben den ausgelaufenen Fässern. Heute ist voll der heiße Tag wieder. Gestern hat's noch geschneit. Ja. Tschakalaka hier. Ab geht die Post. Oh, da ist schon wieder ein Luggiger Sips hier. Schnell weiter hier. Komm, andere Richtung. Ding, 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 ding. Ja, wir gucken mal, dass wir heute ein, ein hübsches Girlie für dich finden, oder? Wir müssen ja langsam mal an den Nachwuchs denken. Oh, da kommen noch mehr Kuhpflanzen hier. Ja. So, schnell reinkommen. Guckt niemand. Ist nie an dein Luggish. Kommt rein mit dir. Ja. In die gute Stube. Wenn man's ja mal plätschern hört, ne? Ja, geil. Ja, geil. Ja. Ah, da ist auch hier was runtergekommen, ja, wa? Ja, ha, ha. Auch nicht so schlecht. Ja. Go for it. Ja. Ist er wieder wach? Da kommt er schon angesprungen. Hier, pass auf mit den Fässern und mit diesem Kacke da hier. Ist nicht so toll. Äh, äh. Stopp, Flottika, Roddy, hier. Streicheln. Können wir streicheln nicht mal. Ja, ich bin schon längst wieder raus. Ich bin nicht mehr drin. Nö, nö. Ah, ah. Ja, da ist er schon. Guck mal an. Ja. Die Leute haben geschrieben, du brauchst noch ein paar Dreckflecken hier. Ja, wir hatten letztes Mal ja auch bei der Nancy Landgrab. Haben dort die Dusche benutzt. Zum Glück hat die uns nicht rausgeschmissen gleich. Ja, ja. So ist das wohl hier. Sieht auch geil aus hier, ne? Ich finde es bei Nacht noch cooler hier drin. Aber bei Tag ist es auch schon nicht so schlecht. Herbst natürlich auch ein bisschen krasser. Ja, leider gibt es hier keine Sims, ne? Die Grabsteine sind hier nicht, ähm... Ja. Oh, da wachsen schon wieder so Dinger da raus. Da gibt es was zum Ernten, oder? Kann man nur gießen. Ich kann mal nix ernten hier. Ich will was ernten. Kein Kuchen bei der Kuhpflanze. Nix zu ernten. Monometer. Okay. Ja, der schläft jetzt hier schon auf der Bank, ne? Bis ich es mal hab hier. Ei, 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 ei. Gut, dann gehen wir zurück. Let's go. Let's go back. Komm, wir gehen zurück. Wir müssen... Ja, bringt nix. Ich weiß nicht. Hier gibt es keine Geister, glaube ich. Haben wir nicht integriert. Keiner hat Geister hier integriert. Haben wir Geister-Sims von euch in der Galerie? Wenn wir mal unter Haushalte, unter Hashtag Apokalypse-Welt. Richtig schreiben immer, ne? Habt ihr Geister? Ihr habt so viele coole Sims erstellt. Manometer. Gar drei Klone hier. Ah, ist das geil. Oder ist das cool, oder ist das cool? Aber keine Geister, glaube ich. Keine Geister-Sims hier. Sowas gibt es hier gar nicht, ne? Wow, da könnt ihr eure Welten besiedeln mit den Sims, die ihr wollt. Oh, das ist ja creepy hier. Creepy. Creepy, creepy. Ja, Geister gibt es nicht, ne? Haben wir keine Geister? Schade. Voll schade. Das fehlt noch, Leute. Wer stellt hier Geister? Wir gehen mal zurück. Gucken nach unseren Pflanzen. Gucken nach unseren... Können wir nehmen mal den Mike hier mit? Und die... Ich nehme mal die Sorana hier mit. Yeah. Die andere ist Star. Ist ein bisschen... Star in der Apokalypse ist ein bisschen unvorteilhaft, ne? Ja. So, ab geht die Post. Eine neue Runde. Hola. Muskeln zeigen. Genau, ja. Ich habe voll die Muskeln. Ihr Speckmuskeln. Hey. 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 Ja, ja. Heiße Temperatur. Leute, ist schon wieder heiß hier, ne? Ich komme mir vor wie eine geskripteten Story. Gestern noch Schnee. Also, ist schon komisch, ja. Ist halt so Wetter, ja? Apokalypse und so. Wir haben auch ganz oft rätselhaftes Wetter. Hey. Handy tut nicht. Genau. Ah, wir haben alles hier. Alles ernten hier. Mach mal. Wir müssen auch mal, ähm... Genau, da gibt es noch Fressi für dich. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir hier nochmal die Frösche paaren, bevor ich es wieder vergesse. Frösche züchten, weil das gibt wieder hier, äh, Kohle. 100, 100, 100, 100. Egal welcher. So, jetzt haben wir nochmal einen gezüchtet. Das ist gut. Das kann man immer nochmal verkaufen. Ähm... Ja, die Kristalle, die behalte ich übrigens, weil die ja so ein Stärkelevel Energie geladen bringen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das mal braucht. Und hier mal irgendwie ein bisschen Sport macht oder so. Ja. Wir müssen jetzt hier, äh... Ja, unsere Sandskulptur ist schon wieder weg hier. Romantisches Geschenk geben. Was haben wir denn romantisch? Das ist ein Frosch. Eine Zwiebel, da ist immer eine Zwiebel hier. Ähm... Diesen Obstkuchen haben wir noch ein Stück übrig. Ist das romantisch oder ist das romantisch? Wir mögen den eh nicht. Hahaha. Ja, komm, ernt mal das Zeug, damit das wieder weiter wächst. Ich glaube, wir müssen auch gießen, oder? Ne. Wollen wir nicht gießen? Braucht kein Wasser. Was sind das für... Was sind das für Pflanzen, die kein Wasser brauchen? I don't get it. Ähm... Imkeranzug anziehen und Honig sammeln. Ja, hier auch nochmal dann. Das machst du auch, bitte. So, sehr gut. Wiek, wiek. Na, alles gut? Albino, Fresschen hast du noch. Und den hast du gerade geleert hier. Dann müssen wir das auch nochmal hier füllen. So. Erst, erst, erst anziehen. Oh, oh. Erst anziehen. Oh, nein. Schon wieder. Ich hab doch erst anziehen geklebt, du. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 das war aber nochmal knapp hier. Hey, du sollst doch erst anziehen. Nicht dein Ernst jetzt. Das ist nicht dein Ernst. That is not your Ernst hier. Oh, okay. Swip it. Swip it. Oh, oh, oh. Okay. Nein, jetzt haben wir da hier doppelt hier gestochen. So, da musst du CDs reinhängen, dann werden die verwirrt wegen Spiegel. Echt? Geht das denn? Muss man das Ding ansprühen? Ja, anziehen brauchst du den Imkernanzug jetzt auch nicht mehr. Du bist ja vom Grundstück geflüchtet. Aber ich hab ein Geschenk fertig. Guck mal, ich hab gar kein Geschenkpapier gefunden, du. Für mich? Wow, ein Obstkuchen. Das ist aber lieb von dir. Ja, ja, hier kann man immer gebrauchen. Du bist voll toll hier in der Apokalypse. Du musst ein bisschen flirten, komm. Was willst du jetzt denn mit dem da? Mit Bruno plaudern. Ne, lass mal den Bruno. Mach mal dem Hunni hier was zum Fressen geben, ja. Genau. Genau, und dann gehst du mal hier weiter. Ding, ding, ding. So, so. So, so, ja, ola. Oh, jetzt geht's hier aber ab. Willst du mit mir in mein Zelt gehen? Du weißt doch, da haben wir denn CDs, oder? Wir haben leider keinen Strom, du. Oh, nee, jetzt ist es peinlich. Ähm. Kompliment über Aussehen, Mann. Sind wir wieder verkackt hier. Schnell renn hinterher, fangen sie hier, bevor sie weg ist. Alter. Ähm. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell mal warten hier. Was ist denn mit der los? Die haut von uns ab. Apo, die will uns nicht. Ihr bleibt mal stehen, bitte. Bleibt mal stehen. Oh, der den anderen ist hier gesehen. Hey, der ist gar nicht cool. Ich bin viel cooler hier, ja. Guck mal, mich an hier, wow. Zackalaka. Ach, immer dieser Tipp mir. Tag überlebenden Beschwerden. Bist du noch nicht mehr, Jungfrau? Nee, ich mag dich nicht. Geh weg. Ach, komm jetzt, bitte. Nur mal ein Austauschen. Das können wir mal machen, oder? Ey, das geht gar nicht mit dem Tag der Apokalypse. Ich krieg da nicht hin mit Kontakt zu mir. Wie soll ich das denn machen hier? Wird da irgendwie ein Hinweis? Teile, in denen wir eine Urne, Grabstein, Geist treffen, interagieren, geht nicht. Na ja, gut. Über Interessen reden. Wir müssen ja ein bisschen langsam anfangen, I know. Was ist die denn jetzt? Wow, wir haben voll verloren hier. Ach, die hatten, die hatten, okay. Stimmt, die sind mit dem Typ zusammen da. Mit dem Kilo Gabor. Der weiß ja, der Händler da, der ist im Shop da. Ist der nicht hier sogar noch? Oh ja, das ist der Mann. Sorry, I'm so sorry. Ja, okay. Mann, oh meh da. Ja, die wollen wir nicht. Dem können wir kein Baby machen. Oh, das sieht ein bisschen creepy aus. Sieh mir freilich vorstellen. Phoebe Flips ist das. Äh, kommst du denn nicht rein hier? Apo, komm. Das ist auch noch beschämt hier. Warum? Ja, die Begegnung. Wo sind die Phoebe Flips hier? Jetzt frisst die da auch noch meinen Kuchen. Ähm, freundlich vorstellen. Einen selbsterniedrigenden Witz erzählen. Okay. Erzähl dir mal, was der hier wieder falsch gemacht hat. Die ist voll düster schon wieder. Voll düster. Voll für die Model-Foto da, ne? Von früher noch. Dabe, 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 Dabe hier. Hast du Geld oder wat? Oder hast du kein Geld, oder? Ich geh nur mit welchen, die mir auch Klamotten kaufen können. Ja, ich hab nicht mal ein Bett. Ich hab nur ein Zelt. Was ist denn das hier? Vor allem die Vorstämme mir auch mal. Hallo, komm mal zurück hier. Heute ist Brautschau. Wow. Diese Lippen. Selbst die Runde scherzen. Das hat er doch hier als Wunsch. Etwas Pflanzen will er und von Natur schwärmen. Then do it. Ja, Natur schwärmen. Ist doch toll. Natur, Natur schwärmen. Ich kenn nur Angelplätze hier. Von der Natur schwärmen gibt's nicht. Holen wir mal die Angelplätze hier aus. Will er jetzt? Zuspruch am Spiegel gehen. In Leeren. Ja, hier, komm mal. Kommt ihr mal mit hier zum Feuer bei mir. Das ist voll cool bei mir hier im Feuer. Ähm, anzünden. Ist doch schon angezündet. Ja. Hier ist schon wieder düster. Wir brauchen immer nur Kerzen. Haben wir nicht auch noch Kerzen oder wat geklaut? Ne, ne? Ah, doch. Wir haben Kerzen geglaubt. Aber die sind im Haushaltsinventar gelandet, glaube ich. Ja. Ja, das sag ich doch hier. Wat sag ich denn? Ja, wenn das Feuer nicht richtig, äh, 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 was ausstrahlt hier. Hey, diese sind jetzt verschwunden. Systemfehler. Wieso Systemfehler, Kerze, oder wat? Was ist denn dat jetzt? Habt ihr dat schon mal gehabt? Ach, das sind sie aber. Ach, wahrscheinlich, weil wir zwei hatten und gar nicht zwei hatten, oder? Doch, wir haben zwei. Na gut, will irgendwie nicht. Na gut. Immer diese Patches. Die machen wir da mehr kaputt als ganz. So. Ding, 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 ding. Lara. Gerüchteweise steigt eine Party im spukenden Landsitz. Nein. Wir dürfen die Welt nicht verlassen. Ja, komm zurück. Ah, das ist mein Honig. Ich hab ihn grad gesehen. Was machst du? Was machst du? Wieso bist du so rot? Komm mal her. Wieder alles aufgefressen hier. Hey, Hundi, komm mal her. Hier, komm mal her. Hoffentlich halt der Akku lang. Gestohlenes Objekt zurückgeben. Oh, es geht auch? No way. Ja, komm zum Essen. Hier, gibts zum Essen. Muss man echt nix kümmern, sich hier, ne? Wir müssen die mal... Wir müssen die mal... Beziehung ist nicht gut genug. Okay. Ja, wir brauchen, habt ihr auch gesagt, einen Wäschekorb, ne? Damit man hier... Wir brauchen einen Mülleimer. Wir brauchen einen Wäschekorb, damit man das überhaupt hier nutzen kann. Dann brauchen wir einen Wäschekorb. Äh, findet man das? Wäschekorb in verschiedenen Aktivitäten. Wäschekorb... Welcher sieht denn so am meisten apokalypse-like aus? So ein dunkler, oder? Aber der Stoff ist so weiß. Und das ist überall weiß, ne? Ja, gut. Der sieht aus wie ein Mülleimer. Aber wenn ich mal so einen schwarzen da dann... Oder so einen braunen. Der könnte schon ein bisschen dreckig sein. Dann machen wir mal einen Wäschekorb hinter dem Zelt. So. Ja, das geht schon. So. Kommode brauchen wir wahrscheinlich auch noch, um die Sachen da aufzuräumen. Hm. Gut. Gut, gut, gut. Wir können mal die Karotten verkaufen. Zwiebeln. 100 Zwiebeln. Die Zwiebelpreise sind aber auch gestiegen seit der Apokalypse. Hier müssen wir nochmal das Fossil extrahieren. Versteiner des Dings da. 175. Sehr geil. Verkauft. Mal wieder ein bisschen Kohle hier, ne? Ja. Jetzt könnte man mal gucken, was wir uns als nächstes holen. Oder ob wir mal anfangen, ein Häuschen zu bauen. Oder uns das so... Das dürft ihr mir gerne auch mal kommentieren. Ob wir das so bauen, dass man nicht wirklich jetzt ein Haus baut. Weil ich will ja weiterhin so quasi spielen, wie wenn es ein Apokalypse wäre. Ich würde mal sagen, die Baumärkte sind zu. Aber ich hätte gerne dann irgendwie sowas gestaltet. Damit das so wie wenn es aus der Apokalypse ist, gestaltet ist. Da gibt es jetzt auch keine festen Regeln oder wie. Aber dass man da erstmal irgendwie anfängt. Wirklich sich vielleicht auch aus... Zeit für Freunde. Da gibt es so tolle Ruinenstücke zum Beispiel. So was könnte man selber bauen. Oder irgendwie... Da, 110 war es so viel da. Guck mal, die 400 da. 200. 600. Oh, die kosten so viel, wie sie groß sind ungefähr, ne? Dann könnte man sowas mal andenken. Aber das ist ja wieder teuer. 600 für so ein blödes Ding da. 400, okay. Ja, das ist ja schon recht hab ich da, ne? Das ist ja schon recht hab ich. Das ist ja fast schon wieder zu teuer eigentlich, ne? Ich hätte so gern irgendwas cooles. Dass man das so denkt, wie wenn das wirklich so ein bisschen, ne? So geschützt vielleicht hier ist oder irgendwie... Was könnte man denn da machen noch? Hm. That's the question. Question is the question. Ja, da dürft ihr mir mal kommentieren. Sollen wir wirklich so ein Haus bauen? Also mit Wänden und so? Oder sollen wir wirklich mal probieren, da irgendwie wie so ein Haus zu bauen? Aber halt aus so Ruinenstücken oder irgendwie aus... Ähm... Ne? Dass man dann vielleicht so ein Pavillon drüber spannt. Dass das so aussieht wie so ein Dach. Und irgendwie sowas, ne? Das dürft ihr... Das schreibt mir mal bitte. Das wäre spannend, glaub ich. Das wäre cool. Jetzt machen wir mal schneller hier. Ja, ich räum mal wieder den Teller da auf. Da muss man immer so weit hier rüber. Da. Müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen was sammeln. Das dürfen wir nicht hier. Guck mal, da gibt's doch gar noch was. Salbei. Alles ernten hier. Genau, das machen wir jetzt mal bei Nacht. Ist da hinten noch was? Ne, ne? Da gibt's noch was. Graben. Grabenstraße. Da gibt's wieder was hier. Der spawnt hier immer wieder. Oh, guck mal hier. Da gibt's noch mehr von diesen, äh, Dingern da. Robies Sachen hier. Robots. Robots. Äh, die bringen viel Kohle. War erfolgreich. Ja, immerhin. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Und ich brauche immer noch ein paar Tipps. Oh nein. Schon wieder ein Erdbeben. Oh mein Gott. 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 Und wieder frische Eier. Das ist aber ein großer Eierdinger, du. Und das zu Ostern hier auch noch. Komm, wir, don't touch it hier. Versuchen anzufassen. Ding, 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 ding. Oh nee, sind wir der letztes Mal in Flammen aufgegangen, ne? Don't touch it. Ich denke immer, vielleicht bekommt man da irgendwie so ein Segen der Insel oder irgendwas. Gibt es das nicht in Inselleben, dass man da irgendwie... Oh, Flappellino. Oh. Wagi, wagi. Nichts passiert. Sehr gut. Alles gut. Ist der auf dem Grundstück sehr schön. Weil können wir den doch? Kann man nur nicht. Dachte ich hier so als Mauer benutzen oder so. Wir nutzen das Geschenk des Himmels. Ja, jetzt haben wir dann auch irgendwie noch die Scheiße hier am Dampfen hier. Können wir jetzt was waschen? Können wir nicht, ne? Der zieht sich auch, glaube ich, gar nicht um. Also eine Kommode brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Weil nur wenn die sich irgendwie umziehen... Lagerung. Dann bringt das auch was, ne? Was haben wir denn für eine Kommode, die apokalypse-like aussieht? Da gibt es auch nichts wohl, ne? Hm. Das ist natürlich hier wieder ein bisschen doof. Ein Kommode. Hm, 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 hm. Jetzt auch nicht irgendwie so eine Truhe oder sowas. Ich hätte das gerne als Kommode, aber das ist Spielzeug, ne? Schade. Schade, 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 schade. Das ist nur eine Inventartruhe. Bissige Truhe. Können wir uns aber auch mal holen. Da können wir hier ein bisschen was lagern hier drin. Wissen ja auch viele nicht, dass das geht. Nehmen wir auch mal hier eine grüne... Nehmen wir so eine richtig schöne Holz-Schatz-Truhe hier. Sieht aus wie selbst gemacht, ist aber nicht. So ein zweites Inventar, da kann man Sachen reinziehen. Wir halten die mal da drin. Mal ein bisschen sortiert. Da können wir eine Frosch-Truhe machen. Oh, die komische verspielt wollen wir eh nicht sein. Die können wir verkaufen. Die Kristall-Truhe. Ja, da packen wir mal das Zeug rein. Spekonium. Was hast du denn da jetzt gefunden? Guck mal, hier 160 Küchenteile hier. Ja, also, das wird er schon. 1560. Mann, oh mädra. Das ist jetzt mal ja geil. Ja, das muss man schon sagen hier. Computerchips und so kann man wieder nicht verkaufen. Das will's nicht. Naja, Computerchips bringen nur wenig. Altmaterial immerhin 55. Und da kommt das nochmal hier rein. Dann haben wir da ein bisschen umsortiert. Honig, Qualität schlecht. Ich dachte, kann man den auch löffeln, den Honig? Komm, wir probieren mal den Honig. Weg dich schon wieder auf, ich weiß. Aber löffeln mal den Honig. Ja, bisschen Zucker, oder? Besser wie im Dschungelcamp hier. Na, ich brauch ein Fernseher. Ja, nee. Na ja, gut. So ist das Leben. In der Apokalypse-Welt. Alles klar. Inventar hier wieder zu. Wo ist jetzt mein Hundi schon wieder? Wieso geht's denn dir nicht so gut? Was müssen wir mit dir wieder machen? Wir haben dich erst gebadet. Streicheln vielleicht. Da braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Hat Angst vor dem Feuer. Nee, trinken aus Pfütze darf er gern machen. Wir haben ja keinen Wassernapf. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Ah, ich hab dich lieb. Na, kack mal schön hier. Aber woanders. Nicht hier vor die Hütte. Dann haben wir auch wieder Füllen hier. Frisst das Vieh echt viel, oder? Ja, mal Pupupupu. Das können wir als Zünger nehmen. Voll praktisch. Ja, ja. Sehr nachhaltig. Hier alle wird wiederverwertet. Du musst Pupu machen. Nicht nur Pipi. Das bringt nämlich schon wieder nix hier, das Pipi. Na gut. Dann machen wir hier weiter mit der Pferdeskulptur. Ja, aber jetzt geht's ihm immer noch nicht. Doch, jetzt geht's ihm schon besser. Ah, der kackt hier hin. Sehr gut. Aufheben. Heb mal das auf. Komm. Aufheben. Kann man das hier jetzt als Dünger benutzen? Kann man das hier erforschen? Nee, der kann doch nicht düngen. Das hast du noch nicht gelernt. Oh. Muss wieder schlafen, ne? Ja, okay. Da geh schlafen. Dat war's für heute. Ich hoffe, das fackelt uns nicht mal die Pflanzen da ab. Ja. Ah, der Bonsai wird auch schon besser. Sehr gut. Nächstes Mal geht's weiter. Hier mit dem nächsten Tag. Hier in der Apokalypse-Welt. Daumen nach oben nicht vergessen. Und abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Hier zum Let's Play oder zu den anderen Videos hier im Channel. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.